Ihr Lieben, herzlich willkommen. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr euren Beach-Look aufs nächste Level heben könnt. Und zwar geht das wunderbar mit Schmuck von Pure Lay, denn der ist ja wasserfest und ihr habt eine riesen Auswahl an wunderschönen Layering-Ketten, Armbändern, Ohrringen. Und das Tolle ist jetzt, die haben ihren Summer Sale, da könnt ihr 20% sparen, nicht nur auf Schmuckstücke, sogar auch auf den Mahina-Club. Deswegen zeige ich euch den auch am Ende. Wir starten erstmal mit ein bisschen Inspiration und wenn ihr Lust dazu habt, wünsche ich euch ganz viel Spaß und los geht's. Und übrigens, ihr Lieben, ihr könnt natürlich wie immer auch was gewinnen. Ich zeige euch nämlich alle drei Farben von dem Mahina-Club und da könnt ihr wie immer auch zwei gewinnen. Dazu aber am Ende mehr. Jetzt zeige ich euch erstmal die Schmuckstücke, die ich gerade trage und wie ihr seht, trage ich jetzt mal Gold. Ich habe mich mal rangewagt, einfach mal was Neues auszuprobieren und das geht mit dem Schmuck von Pure Lay wirklich perfekt. Also ihr habt dort immer die Auswahl aus Gold, Silber und Rosé-Gold. So könnt ihr wirklich einfach mal testen, was steht euch am besten. Ich war immer der Meinung, dass mir Silber und Rosé-Gold besser steht, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade so begeistert von den Schmuckstücken, die ich umhabe. Deswegen zeige ich euch die einfach mal ein bisschen genauer und wenn ihr Lust habt und was nachshoppen wollt, schaut einfach in die Infobox. Ihr könnt über den Link in der Infobox zusammen mit dem Code SANFRANKA20% auf alle Teile sparen. Ausgenommen sind lediglich reduzierte Artikel und Geschenkgutscheine. Ich schreibe euch aber alle Details nochmal in die Infobox rein und der Rabattcode gilt übrigens auch für den Mahina-Club. Also da könnt ihr diesen Monat auch 20% sparen mit meinem Code und den Link dazu packe ich euch auch in die Infobox. Also da könnt ihr alles nachlesen. Jetzt könnt ihr euch einfach zurücklehnen und ich zeige euch, was ich genau trage, wie man das schön kombinieren kann, was es so für tolle Möglichkeiten gibt. Denn ich habe ein paar neue Teile, aber auch mit ein paar Bestsellern kombiniert, die ich auch schon hier zu Hause hatte. Also wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und los geht's. So ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, trage ich schon gerade ein paar richtig tolle neue Teile. Ich habe euch ja schon ganz viel Schmuck von Pure Lay gezeigt. Ich habe das auch selber schon mit im Urlaub gehabt und ich finde es gerade für einen Strandurlaub oder so für den Sommer wunderschön, unterschiedliche Teile zu kombinieren. Ihr habt die Qual der Wahl aus Gold, Silber und Roségold. Aber ich zeige euch einfach mal der Reihenfolge nach, wie ihr so einen Layering-Look aufbauen könnt und was ich hier genau gewählt habe, was ihr vielleicht auch für unterschiedliche Teile wählen könnt. Ich finde es einfach super schön, wenn sowas aus drei Teilen besteht. Ihr könnt es abhängig natürlich von eurem Outfit machen, wie lang die Kette nach unten geht oder auch wie viele Ketten ihr kombiniert. Ich finde eigentlich drei immer ganz schön. Es gehen aber natürlich auch mehr oder auch weniger. Ihr könnt die Teile auch einzeln tragen. Ganz nach Lust und Laune. Womit ich immer starten würde, das finde ich wunderschön, ist so eine Sleeky-Kette. Die gibt es natürlich in allen Farben, wie auch jedes weitere Schmuckstück, was ich euch hier von Pure Lay zeige. Ich habe die auch in Silber. Die gibt es auch in einer doppelten Variation. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel nur zwei Schmuckstücke tragen wollt, sieht es trotzdem so aus, als ob ihr drei Ketten tragt. Das könnt ihr auch super machen. Heute habe ich mich mal für diese einzelne Sleeky-Gold-Kette entschieden. Und ich finde, das ist wirklich immer ein ganz toller Start, wenn man so einen Look aufbauen will. Gibt es in allen Farben, gibt es auch in doppelter Variation. Also damit starte ich gerne. Das finde ich richtig schön. Als zweites Schmuckstück habe ich hier eine Perlenkette. Und eine Perlenkette ist ja generell einfach ein totaler Klassiker. Ich finde, wenn man sie einzeln trägt, wirkt es sehr klassisch, sehr elegant, sehr passend zum Beispiel. Entweder für ein weißes T-Shirt oder für eine weiße Bluse einfach im Office, wenn es so ein bisschen zurückhaltender sein soll. Aber ihr könnt das Ganze natürlich auch super aufpeppen, indem ihr es kombiniert. Dann sieht es auch nicht mehr ganz so klassisch aus, sondern einfach ein bisschen moderner. Und ihr könnt einfach ein bisschen spielen mit dem Style. Das muss ich sagen, gefällt mir wirklich sehr gut. Vor allen Dingen, da sie weiß sind, passt es dann auch schön, wenn man was weißes trägt. Also eine sehr schöne Kombinationsmöglichkeit, auch einfach so eine Perlenkette in so einen Layering-Look zu integrieren. Und die dritte und bei mir jetzt auch die längste Kette ist die Kalea-Kette. Und die habe ich schon so häufig gesehen. Und ich bin jetzt so froh, dass ich sie mir auch mal bestellt habe. Ihr habt hier fünf Plättchen dran und immer wenn das Licht da drauf trifft, reflektiert es so schön. Und ich finde, das sieht einfach unfassbar schön aus. Ich bin so froh, dass ich die jetzt auch endlich in meiner Sammlung habe. Und dazu gibt es übrigens auch passend ein Armband. Auch das sieht total schön aus, gerade wenn ihr das in Kombination tragt. Ihr könnt es wunderbar mit so vielen weiteren Ketten kombinieren. Sie ist auch was länger. Ich habe hier die längste Einstellung. Ihr könnt sie theoretisch aber auch kürzer tragen. Zum Beispiel dann nur mit dieser Sleeky-Kette, wenn ihr möchtet. Oder auch komplett alleine. Dadurch, dass hier fünf Plättchen sind, kann man sie auch sehr schön als Single-Kette tragen. Ich meine, die gibt es auch nur mit drei Plättchen. Da gibt es wirklich unterschiedliche Modelle. Könnt ihr gerne auch nochmal euch inspirieren auf der Seite. Ich verlinke euch ja alles in der Infobox. Ich finde, das ist so eine schöne Kombi, so besonders. Und vor allen Dingen so schöne unterschiedliche Elemente mit diesen Plättchen, dann den Perlen, dann so einem einfachen, schönen, glänzenden Gold-Kettchen. Ist einfach von der Kombi super schön, finde ich. Und es wertet jedes Outfit richtig auf. Egal, ob ihr ein einfaches Shirt tragt oder ein Top oder so eine Leinenbluse wie ich jetzt oder einfach ein Kleid. Ihr könnt das so toll kombinieren. Und das Schöne ist jetzt halt, ihr könnt die Teile wirklich auch im Urlaub tragen, wenn ihr am Meer seid. Ihr könnt damit baden gehen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt mit der Perlenkette. Ich glaube, das ist das Einzige, was man nicht unbedingt im Meerwasser oder generell so viel Wasser aussetzen soll. Aber ansonsten könnt ihr das mit den Teilen machen. Das ist überhaupt kein Thema. Ich habe so viele Schmuckstücke von Pure Lay, mit denen ich das gemacht habe. Da ist überhaupt nichts passiert. Ich liebe diesen Schmuck gerade dafür, um mal was Neues auszuprobieren, neue Farben zu testen. Also ich bin jetzt so froh, dass ich auch Gold probiert habe, weil ich finde auch das traumhaft schön. Also die Kette heißt Kalea und das Armband heißt auch Kalea. Das kann ich euch wirklich so wärmstens empfehlen. Gerade falls ihr das noch nicht habt und schon ein paar Mal auch gesehen habt. Ich habe das schon so häufig auf Social Media gesehen. Das ist einfach wunderschön. In echt noch viel schöner, als ich es mir vorstellen konnte, muss ich wirklich sagen. Und es glänzt einfach total gut und das gefällt mir einfach mega gut. Das Ganze könnt ihr natürlich auch noch mit Ohrringen kombinieren. Das muss, finde ich, nicht immer im selben Stil sein. Ich finde, wenn so ein paar Punkte gut zusammenpassen, kann man das auch gut kombinieren. Was ich total gerne mag, ist dieser Ring zusammen mit den Ohrringen Eono. Das habe ich euch letztens auch schon in Silber gezeigt, denn ich habe diese Kombi auch in Silber. Das sind einfach so wunderschöne kleinere Kreolen, die mehrfach geschwungen sind, ähnlich wie der Ring. Deswegen passt das einfach so schön zusammen und gibt dann ein sehr stimmiges Bild. Jetzt beim Summer Sale könnt ihr eben über den Link in der Infobox und mit meinem Code ZANFRANKA20% auf alles sparen. Wie gesagt, die paar Ausnahmen wie Geschenkgutscheine oder reduzierte Artikel, das schreibe ich euch nochmal in die Infobox rein. Ansonsten die Teile, die ich euch heute gezeigt habe, auf die gibt es alle 20%. Das lohnt sich natürlich dann mega. Es ist ein sehr gutes Angebot, wenn ihr euch neuen Schmuck kaufen wollt. Ich kann es euch sehr empfehlen, ihr werdet da sehr lange dran Freude haben, weil die Schmuckstücke eben sehr langlebig sind und ihr sie wunderbar kombinieren könnt. Also schaut einfach in die Infobox, da habe ich euch alle Details verlinkt und dann zeige ich euch jetzt noch den Mahina Club. Ganz viel Spaß. So ihr Lieben, dann kommen wir jetzt zum Mahina Club. Ich habe wie immer alle drei Farben hier, also Gold, Silber und Roségold. Ich persönlich werde mir dieses Mal wieder Silber behalten für mich und werde euch Gold und Roségold verlosen. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, schreibt mir einfach einen netten Kommentar mit dem Hashtag Gold oder Hashtag Roségold und schon wandert ihr in den Nostop. Ich zeige euch jetzt natürlich gleich, wie die Teile ausschauen. Bei dem Mahina Club ist es so, ihr bekommt jeden Monat zwei Schmuckstücke im Wert von 70 Euro. Der Club kostet 29,90 Euro und über diesen Summer Sale könnt ihr jetzt eben mit meinem Code und dem Link in der Infobox auch 20% drauf sparen. Das heißt, das sind dann so knapp 6 Euro, die ihr auf die erste Lieferung sparen könnt. Und das lohnt sich mega, weil ihr bekommt, wie gesagt, zwei Schmuckstücke und ihr bekommt auch regelmäßig Goodies mit dazu. Und das Goodie ist diesen Monat wieder was richtig Schönes und sehr passend für meinen Beauty-Kanal. Und zwar haben wir hier von Essence Baby God Glow. Und das ist so schön, dass ich das jetzt dadurch auch mal testen kann, denn ich habe von Essence schon dieses Baby God Blush. Und letztens gab es von Trended Up das Konturprodukt, auch in so einer ähnlichen Verpackung, auch im Mahina Club. Also wir haben ab und zu mal Make-up mit dabei oder etwas zum Naschen oder Shampoo oder so. Also einfach so ein Beauty-Artikel noch on top gibt es jeden Monat im Mahina Club einfach so als kleines Surprise nochmal gratis on top. Dieses Produkt von Essence ist jetzt ein Highlighter und zwar in der Farbe Sassy in Silk. Also so ein etwas hellerer Ton. Ich habe es natürlich schon aufgetragen, deswegen schon benutzt. Vielleicht zeige ich euch das mal in der Einblendung. Ihr könnt es hier einfach auf- und zudrehen. Und wenn ihr es geöffnet habt, könnt ihr einfach draufdrücken, dann kommt hier so ein bisschen Produkt raus. Ich zeige euch mal gerade, wie das ausschaut. Das ist ein wunderschöner, ja, seidiger Highlighter, der keinen Glitzer beinhaltet, sondern einfach so schön schimmert. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Produkt. Ihr müsst es recht schnell ausblenden, weil es setzt sich recht schnell. Ihr könnt das auf Foundation auftragen oder auch wenn ihr ungeschminkt seid. Das ist wirklich ein schönes Produkt für den Sommer. Ihr braucht es auch nicht setten mit Puder oder so, denn es setzt sich quasi von selbst. Und ihr habt dann einfach einen schönen Glanz. Könnt ihr auch für die Nase nehmen, für den Lippenbogen oder auch für den inneren Augenwinkel. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Produkt. Finde ich richtig cool, dass sie immer wieder so cooles Make-up reinpacken. Dann kommen wir jetzt aber mal zum Eigentlichen, nämlich dem Mahina Club. Ihr bekommt, wie gesagt, immer zwei Schmuckstücke. Das sind entweder Ketten, Armbänder, Fußkettchen oder Ketten und Ohrringe. Und diesen Monat haben wir eine Kette und ein paar Ohrringe und zwar passend im sommerlichen Design mit einem kleinen Seestern. Das ist wirklich so, so süß. Also ich muss sagen, das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Noch dazu haben wir so einen kleinen rötlichen Stein mit dabei. Der Schmuck von Pure Lay kommt natürlich immer in einer wunderschönen Verpackung. Das könnt ihr auch super gut verschenken. Hier seht ihr nochmal die Kette als kleines Close-up. Dann sind da noch passende Ohrringe mit dabei. Ich starte mal mit der Kette. Die ist wirklich wunderschön, richtig filigran. Und mit diesem kleinen Seestern sieht es einfach total sommerlich aus. Also ich muss sagen, ich finde die traumhaft schön. Das ist so schön zart, richtig schön feminin, passend für den Sommer. Ist voll mein Ding. Wow. Und dazu gibt es so richtig schöne, passende Ohrringe. Schaut mal. Ach, wie süß. Ich habe jetzt gedacht, das wäre ein Ohrstecker. Aber ihr habt hier sogar so eine kleine Mini-Kreole dran, wo der Seestern dran baumelt. Das ist ja richtig schön verspielt. Wow. Also das gefällt mir so gut. Das gefällt mir noch besser, als wenn es jetzt ein Stecker gewesen wäre. Weil es einfach ein bisschen besonders ausschaut. Durch diese kleine Mini-Kreole und dass dieser Seestern so da dran baumelt. Also das finde ich richtig, richtig schön. Und es passt dann auch, dass diese Kette eher so ein bisschen filigraner ist, ein bisschen zurückgenommener. Sehr, sehr schön. Also die Kombi finde ich so schön für den Sommer. Das ist einfach wunderschön feminin, ein bisschen verspielt. Ist voll mein Ding. Ich finde das einfach total schön, dass das hier frei daran schwingen kann. Und dann hat man diese filigrane Kette dazu. Also einfach eine traumhafte Kombi. Das Ganze gibt es natürlich auch in Gold und in Roségold. Zeige ich euch jetzt auch mal kurz. Könnt ihr euch mal ein bisschen genauer anschauen, was euch dann besser gefällt. Und ihr könnt übrigens bei dem Mahina Club jeden Monat eure Farbe wechseln. Also ihr könnt dadurch einfach mal kennenlernen, was euch am besten steht. Einfach mal ausprobieren. Wenn ihr so ein neutraler Typ seid wie ich, dann steht euch wahrscheinlich alles. Könnt ihr alles tragen. Wenn ihr sehr warm vom Unterton seid, dann ist vielleicht Gold besser. Wenn ihr mehr rötliche Pigmente in der Haut habt oder vielleicht so ein kühlerer Typ seid, dann steht euch vielleicht Silber oder Roségold besser. Könnt ihr einfach mal ausprobieren. Hier zeige ich euch jetzt erstmal beides. Das ist Roségold. Das ist Gold. Auch wunder, wunderschön. Wie gesagt, je nachdem, was ihr für ein Typ seid, was euch besser gefällt, könnt ihr euch für das eine oder andere entscheiden. Die Ohrringe sind dazu natürlich auch passend. Hier einmal der goldene Ohrring und der roségoldene. Also in diese Ohrringe habe ich mich total verliebt. Ich finde, die sehen so süß aus. Das gefällt mir einfach unglaublich gut, muss ich echt sagen. Also ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, mal den Mahina Club auszuprobieren, dann schaut in die Infobox. Da stehen alle Infos. Diesen Monat könnt ihr, wie gesagt, 20% sparen über den Link und mit meinem Code sanfranka. Ihr könnt dieses Abo jederzeit kündigen. Das ist super flexibel. Ihr könnt auch einzelne Monate aussetzen. Ihr könnt jeden Monat die Farbe wechseln. Ihr könnt jetzt zum Beispiel Silber wählen, nächsten Monat Gold. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt die Sachen toll kombinieren, auch mit anderen Ketten. Auch diese Kette könnt ihr zum Beispiel super mit so einer einfachen Fleeky-Kette kombinieren. Mit so einer silbernen zum Beispiel. Also da gibt es so viele Kombinationsmöglichkeiten. Ich persönlich trage sowas aber auch gerne einzeln. Gerade wenn es dazu passende Ohrringe gibt, finde ich das auch sehr, sehr schön. Also da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich verlinke euch alle Details in der Infobox. Den Highlighter gibt es auch noch gratis mit zum Mahina Club. Ich finde, es lohnt sich mega. Gerade jetzt mit diesem Sale könnt ihr richtig was sparen. Schreibt mir gerne mal eure Favoriten in die Kommentare. Das interessiert mich immer sehr. Da lasse ich mich auch sehr gerne inspirieren. Und da wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bedankt mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.